Hallo, herzlich willkommen bei der E-Mark AG. Wir suchen neue Mitarbeiter. Ich zeige euch kurz unser Unternehmen. Vor 23 Jahren hat das Ganze angefangen und mittlerweile haben wir über 3000 Produkte. Ja, hier zeige ich dir einen kleinen Bereich, wo wir arbeiten. Wir haben tagtäglich ca. 700 Pakete, die unser Haus verlassen und über 100.000 Kunden, die unseren Service in Anspruch nehmen. Und dafür brauchen wir dich und deine Ideen. Ich bin die Sophia, ich bin 26 Jahre alt und ich arbeite seit sieben Jahren bei EMI und bin im Online-Marketing. Im Online-Marketing beschäftige ich mich mit unterschiedlichen Bereichen wie dem Produktmarketing, Social Media oder der Aktionsplanung und im Grunde genommen ist unser Ziel, das Produkt dem Kunden näher zu bringen. Ich bin jetzt schon seit sieben Jahren bei EMI. Ich habe meine Ausbildung hier gemacht. Ich bin Selbstausbilder geworden, habe mein duales Studium hier abgeschlossen, habe schon einige Jahre mit EMI verbracht und wir sind wie eine kleine Familie zusammengewachsen, unterstützen uns gegenseitig und sind ein gutes Team. Wir haben angefangen mit Ultraschallreinigungsgeräten. Die verwendet man beim Optiker, in den Werkstätten, aber auch zu Hause, um Schmuck und edle Sachen zu reinigen. Die zweite Marke ist Eminel. Hier haben wir über 500 Farben für die Gestaltung der schönen Nädel. Der dritte Bereich ist die Emident, das ist die Ultraschallzahnbürste. Das, was bei den Menschen funktioniert, funktioniert natürlich auch bei den Tieren. Da haben wir die EMI-PET-Abteilung. Das wäre dann der vierte Bereich, den wir in der Zukunft weiterentwickeln wollen. Hier seht ihr unsere Zertifikate und Patente. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen aus knapp 80 Mitarbeitern und daher ist uns vor allem das kollegiale Miteinander sehr wichtig. Des Weiteren erwarten dich einige Benefits wie eine hauseigene Kantine mit zwei Köchinnen, jeden Tag wechselnde Gerichte, attraktive Arbeitszeiten, keine Wochenendarbeit, damit ihr auch eure Zeit am Wochenende mit der Familie verbringen könnt, eine attraktive Gehaltsstruktur und interne Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja, du bist bei uns nicht nur eine Arbeitskraft, sondern ein wichtiger Bestandteil des Familienunternehmens. Genau deswegen wollen wir, dass du dich bei uns wohlfühlst. Der Geschäftsführer wie ich ist zwar wichtig, aber die Mitarbeiter, die die Arbeit machen tagtäglich, sind der besonders wichtigste Teil im Unternehmen. Und deswegen zeigen wir als Familienunternehmen unsere Dankbarkeit und Wertschätzung jeden Tag. Mein Name ist Barton Wilgich, ich bin 29 Jahre alt, ich sitze in der Buchhaltung und bin schon seit anderthalb Jahren im Unternehmen. Also mein Highlight ist definitiv dadurch, dass ich abteilungsübergreifend arbeite, das Miteinander mit den Mitarbeitern und ich arbeite auch sehr nah mit den Chefs. Dadurch kriege ich halt einiges mit und da ist natürlich wichtig, dass man sich grundsätzlich sehr gut versteht. Und ja, das würde ich definitiv als mein Highlight verzeichnen. Wir lieben es einfach und geben dir die Möglichkeit, unser Unternehmen jetzt mehr kennenzulernen. Meine letzte Frage wäre an dich. Hat es dir gefallen? Dann werde ein Teil des Teams. Wir freuen uns auf dich!